Willkommen bei The Nosey Rosie, hier ist die Jen. Ja, diese Woche mit dem Thema wichtige Lesben aus der Gegenwart. Ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal die wichtigen Lesben aus der Vergangenheit, wo jede von uns eine vorgestellt hat und jetzt haben wir die wichtigen Lesben aus der Gegenwart, aus unserer Zeit, die wir so kennen und lieben, gelernt haben. Ja, ich werde das Thema mal so gestalten, dass ich euch meine Top 5 Lesben aus Film, Fernsehen und Musik vorstelle. Das heißt, Lesben, ob nun real oder auch fiktiv aus Filmen oder Serien, die mir vor allem in meiner Outing-Phase bzw. in meiner Findungsphase geholfen haben. In der Zeit, als ich mir dann mal so angefangen habe, Gedanken drüber zu machen, bin ich vielleicht lesbisch. Und ja, diese Personen waren immer um mich rum. Ich habe sie im Film, Fernsehen und Musik gesehen und ja, das hat mir echt geholfen und hat mir gezeigt, lesbisch sein ist ganz normal und es gibt es überall. So, fangen wir mal an. Platz Nummer 5, ganz hinten, auf dem letzten Platz ist, Hella von Sinnen. Ja, sie ist ganz hinten, weil ich muss sagen, so richtig präsent war sie mir jetzt nicht. Also sie war jetzt nicht wirklich wichtig für mich oder so. Klar, ich wusste, dass es sie gibt. Jeder kannte sie, aber ich muss auch sagen, Hella von Sinnen ist ja doch schon eine sehr extreme, sehr extrovertierte, ulkige Person mit ihren komischen Outfits. Von daher fand ich auch immer, dass es nicht unbedingt so die, ja, also sie demonstriert nicht unbedingt so eine normale Lesbe. Und da muss ich natürlich diesen sehr alten Mann dabei haben. Das war ja früher schon so. Ich habe mich mit all meiner Präsenz vor dieser Kamera bewegt. Mit ihren Outfits. Von daher, ja, es ist so ein Wockeykandidat. Okay, auf Platz Nummer 4 haben wir da Willow aus der Serie Buffy. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das auch. Ich habe das damals auch sehr gerne gesehen und war dann schwer begeistert, als Willow sich dann plötzlich eine Frau verliebt hat. Das war echt toll. Und ja, das war echt süß. Willow und Tara, das war eine echt schöne Love Story. Ganz dramatisch wurde es dann ja, als Tara starb. Sie wurde ja erschossen. Mein Gott, das war so schrecklich. Ich musste so weinen. Naja, einmal wieder hat dann ja noch meine andere aufgegessen. Also das war schon eine echt schöne Sache und das fand ich echt gut. So, Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 3 ist aus der Serie Dark Angel. Ich weiß nicht, ob das jetzt viele von euch kennen. Die Serie war nicht ganz so bekannt. Aber ich habe sie geliebt, vor allem wegen der Hauptdarstellerin Max, also Jessica Alba. Also, da könnt ihr mir doch sicherlich nur zustimmen. Heißer Feger. Also das fand ich schon echt nicht schlecht. Und da war die beste Freundin von Max, Original Cindy. Die war offen lesbisch, hat da überhaupt kein Hedrum gemacht. Hat die Weiber aufgerissen, eine nach der anderen. Warum kann ich nicht so eine Freundin finden? Bringt ihm jeden Tag Essen, ist aufmerksam und lieb. Hat sogar Beine ohne Ende. Ist treu. Ne Schande, dass sich so eine Freundin ein Kerl verschwimmt. Und, ähm, ja, war eine echt stolze Lesbe. Die konnte einfach ein gutes Beispiel sein. Okay, kommen wir auf Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 2 sind die beiden Mädels aus Russland, von denen wir mittlerweile ja alle wissen, dass sie doch gar nicht lesbisch sind. Und das ist alles nur eine Marketingstrategie war. Und, ja, wisst sicherlich schon, wen ich meine. Das sind die Mädels von Tattoo, von der Band. Ähm, ja, aber sie war nun mal damals lesbisch. Und, ähm, haben lesbische Lieder geschrieben und hatten lesbische Musikvideos. Und das, das hatte mir schon imponiert. Also, das fand ich echt nicht schlecht. Ich hab mir das oft angehört, hatte die CD, hab die rauf und runter gehört, hab mir tausendmal die Videos angeguckt. Und fand das schon echt gut. Ja, so, Trommelwirbel, kommen wir zu Platz Nummer 1. Ähm, auf Platz Nummer 1, auch deswegen, weil es diesmal keine fiktive Person ist, sondern eine echte Person. Ähm, die, ich denke schon, echt viel für die Lesben weltweit getan hat. Wenn auch vielleicht direkt oder auch indirekt, einfach dadurch, dass sie so ist, wie sie ist und dass sie dafür eintritt. Und das ist Ellen DeGeneres. Wie spricht man das aus? Ellen DeGeneres, DeGeneres. Ähm, ja. Die hab ich zum ersten Mal gesehen in ihrer Serie Ellen, wo sie dann ja sich auch outet. Also, Sie spielt ja fast sich selbst, sie heißt ja auch Ellen, und outet sich. Und sie outet nicht nur ihre gespielte Person, sondern auch sich selbst. Und das fand ich schon Respekt, das fand ich richtig gut. Und das hat mich begeistert. Und, ähm, ich find die Frau richtig gut. Hat ja vor ein paar Jahren auch mal die Oscars moderiert. Hat ihre Talkshow dann in den USA. Und ist auch heute noch top in den Medien. Und jeder mag sie. Und alle sehen, hey, Lesben sind nett. Und, ja, also, ich find das super. Von daher, Daumen hoch von mir für Ellen. Und, ja, das waren meine Top 5 Lesben aus der Gegenwart. Ja, So, noch mal ein kurzes Wort. Ähm, zu unserer Aktion von letzter Woche. Und an euch. Hey, danke! Wir haben die tausend Abonnenten erreicht. Hey, Leute. Das ist der Wahnsinn. Das ging so schnell. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hab gedacht, ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr noch. Aber, hm, mal sehen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch erst im Januar. Aber, dass das wirklich so gut klappt, das hätte ich nicht gedacht. Wir seid echt spitze. Vielen, vielen Dank dafür. Und an alle, die bei meiner kleinen Verlosung mitgemacht haben, die, ähm, unter mein letztes Video geschrieben haben, was ich denn machen soll, wenn wir die tausend erreicht haben. Danke dafür. Ihr habt ja echt lustige Sachen da reingeschrieben. Und, ähm, das werde ich auch machen. Also, vielleicht nicht alles davon, aber ich denke, ein paar Sachen werde ich machen. Ähm, vielleicht gibt es das nächste Woche oder in zwei Wochen. Mal schauen, wie ich Zeit habe. Ähm, aber, ich denke auf jeden Fall noch dieses Jahr. Und, ja, das wird auf jeden Fall bestimmt sehr, sehr lustig. Also, ähm, ja, ich sage dann mal, bis nächste Woche. Nächste Woche haben wir unser Weihnachtsspezial, bevor wir in unsere Weihnachtspause gehen. Und, ähm, ja, bis nächste Woche. Bis denn, die Jen. So, jetzt läuft's ja. Das sieht man von vorne auch gar nicht, Das rafallblinken, das Licht oder so. Naja, läuft das jetzt? Guck mal, bin ich hell genug? Wie ist das Licht? Ja, wirft einen ziemlich großen Schatten. Auf was? Wie wann? Ja, aber das geht nicht, dann bin ich anders. Nein, ist okay, mach's. Ich glaube, wir müssen mal so eine, ähm, so eine Mattefolie kaufen, irgendwie mit Metallklabern, die wir schmeißen können. Was geht da dran machen? Oder so. Oder so. So, einfach Tuch rüber schmeißen, könnte gefährlich sein. Ja. So, okay.